Servus Freunde, die schlechten Ge... Schmacks unter seichten Unterhaltung und willkommen zurück. Was ist denn hier? War ich hier schon mal? Keine Ahnung. Willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Auf dem Weg zum guten Doktor. Ich hoffe, der ploppt gleich auf. Boah, es ist dunkel. Ich seh gar nichts. Sag ich jedes Mal, ne? Ist aber auch so. Ich seh einfach nichts. Ich glaub ihr auch nicht, ne? Bin mir zumindest ziemlich sicher, dass ihr genauso wenig seht wie ich. Halt hier lang. So, eventuell ploppt der ab 21 Uhr auf. Ich hoffe es. Wir sehen uns gleich. Ist halt wieder ein Stück Weg jetzt, ne? Zu dem da oben. Was ist denn hier für ein Schild? Ach was. Ist mir das schon mal aufgefallen? Weiß es nicht. So, jetzt ist es 21 Uhr 4. Ich guck mal. Ist er jetzt da oder ist er jetzt nicht da? Da sind zwei Leichen. Ja, er ist da. Ab 21 Uhr. Okay, genau drauf zu. Sind ein paar Leichen. Was ist er denn hier gewohnt? Was ist er denn hier? Was ist das? Ich wusste, dass ich da schaue. Es ist ein Boot. Und wenn es nicht in meiner Seite... Es kommt jetzt! Es kommt jetzt! Und schon haben wir vier Leichen. Mhm. Haben sich einfach weggemetzelt. Oh, gibt wieder... sehr negatives Karma. Ist schon wieder so eine Puppe? Apfeln nehme ich gerne mit. Hm? Soll noch jemand? Wo soll noch eine Leiche liegen? Da vorne. Hm. Ein Mann und eine Frau. Okay, die plündere ich jetzt nicht. Tja, die waren nur einfach durchreißen. Und dann hat sie schon zerledert. Die Murphy Boot. Die haben wir schon lange nicht mehr gesehen, ne? Dann räuern wir die halt aus. Du hast nichts gesehen. Sonst muss ich dich auch wegballern. Na gut, weiter geht's. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Durch die Nacht. Wenn wir da sind, ist es morgen und dann ist er weg. Tja, gut, wenn ich nicht so blöd gewesen wäre, dann äh... hätten wir das schon hinter uns, ne? Aber ich bin ja gerne mal ein bisschen dumm. Von daher... Oh, das passt schon. Das passt schon. Ja. Röchel, röchel, röchel. Äh... Bin ich hier richtig? Ich sehe den Weg überhaupt nicht. Hier geht Weg hoch? Ja, so ein kleiner Pfad. Okay. Ich könnte eigentlich auch ein bisschen querfeldein mal versuchen, vorsichtig zu reiten. Zu sehr sollte das eigentlich nicht schaden, hoffe ich. Und der Gaul ist auch schon wieder dreckig. Na, leckt mich doch fett. Hier reiten wir aber ein bisschen langsamer. Oder auch nicht. Auf dem Tum? Waren wir doch schon mal, oder? Ja, hier waren wir schon mal. Go nach hinten. Qualm in weiter Ferne. Okay. Jetzt müssen wir hier vorsichtig runter. Boah, wie dunkel das hier ist, ne? Aber durch den Mondzug richtig geil beleuchtet. Richtig nice. Nur aufpassen, dass wir nirgendwo runterfallen. Gerade im Dunkeln sieht es halt echt nicht viel. Wer wohnt denn hier? Ach, unser Trapper. Hey. Mit dem nirgendwo. Hat der seine Lage aufgeschlagen. Bei dem hakt es ja auch. Ja. Kann ich wissen, wie weit hat neu ist. Bestimmt nur ein ganzes Stück. Kann ich mal gucken. Wo sind wir denn jetzt? Oh, ah, obwohl, ne? So weit ist es gar nicht mehr. Das ist gut. Was hat der Affe denn? Ach, das ist windig. Ach so. Ich verstehe. Oh, hier geht es nicht hoch. Was? Na, ein Sturm zieht auf, wie mir scheint. So. Okay, bei Unwetter bleibe ich immer ein bisschen auf dem Weg. Ist sicherlich besser. Für die allgemeine Gesundheit. So, jetzt muss ich hier runter. Boah, ich sehe fast gar nichts, ey. Was ist denn der Weg? Ich sehe den nicht. Hallo Weg. Ich orientiere mich auch mehr an der Minimap gerade. Als an dem, was ich hier sehe. Weil ich sehe einfach nichts. Ich sehe einfach nichts. Ich sehe einfach nichts. So, dann schaffen wir den doch noch in dieser Folge, wie mir scheint. Das müsste noch fast da sein. Da hinten leuchtet ein Licht in den Bergen. Habe ich gesehen. Da kommt eine Kutsche. Hm? Oh nein! Du darfst gerne absteigen. Ruh! So schnell wie du kannst! So schnell wie du kannst! Worum? Diese Mumfries wieder, ne? Immer diese Mumfries. Kann ja auch nicht plundern. Schade eigentlich. Na wo? Alles gut. Ähm. Ich muss mir den Gaul strebeln. Hallo? Ich muss den Gaul... Jetzt... Mann! Ich drück mal falsch. So jetzt... Kurze Frage. Wird der jetzt als dreckig angezeigt? Ich guck mal kurz. Schmutzig, ja? Kriegen wir vielleicht noch mal Besuch. Ja, weil ich gewusst hätte, dass die alte Abboten nicht gewartet. Da bin ich ja ehrlich. Jetzt wurden wir schon wieder aufgehalten. Das ist immer nervig. Aber nur ein bisschen. Oh Mann, Mann, Mann. So, sauber. So. Ich gucke. Mir wäre lieber eine Anzeige direkt am Pferd zu haben. Ja, sauber. Gut, alles klar. Raus, 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 raus. Rauf aufs Gaul. Rauf aufs Gaul. So. Sie ist abgehauen. Für die Nummer wieder sehen werden. Weiß ich nicht. Ist mir wurscht. Oh, Trutberger. Gubbel gubbel. Ja, ganz ruhig. So eine Welle. So, jetzt aber los. Ab zum Monkel Doktor. Äh, zum Professor. Ich zum Doktor. Boah, jetzt sieht gar nichts mehr. Alter. Ja, Hauptsache noch Nebel. Alter. Was ist los? Oha. Ich sehe nichts. Wenn mich jetzt jemand überfällt, dann bin ich komplett schutzlos eigentlich. Da hinten ist er. Das ist er. Das ist er. Und er ist verfügbar. Und geschwind dahin. Bevor er sich ernst überlegt. Kommen wir jetzt hier rein? Nö. Andere Seite. Von hinten. Oh. Na, na. Na, na. Na, na. Na, na. Ah. Wieso? Sie sind hier, um mich zu verabschieden. Ich wünsche mir klar, dass ich ein Weapons habe, die alle von Ihren Organen enthalten können, und Sie lassen sich nur eine Brücke auf dem Boden. Professor, ich bin hier nicht zu verabschieden. Das ist ich. Ich, um... Ich helfe dir in der Pohnen. Du hast? Oh, du hast! Der Pohnen! Hallo! Hallo. Ich hoffe, dass ich dich nicht verabschiede. Natürlich verabschiede ich mich verabschiede. Ich habe fast das größte Problem, und du hast es verabschiedet. Du hast? Nein, aber ich habe es gemacht. Ich kann nicht den blöden Reaktion. Das ist die Geometrie der Leben. Die große Theorie des Macht. Das ist die große Theorie des Theorien. Es gibt nur noch einen großen Problem. Vielleicht habe ich es zu lösen, aber ich kann es nicht richtig verstehen. Ich verstehe nicht. Natürlich nicht. Ich bin kein Wissenschaftler. Du bist amerikanisch. Wissenschaft ist weit über dich. Aber du hast einen guten Befug. Geh! Wohin? Gut, dass der mir nicht sagt, was ich machen soll. Du hast den Detektor in deiner Hand. Der Filament flashe, wenn es auf die Location für die Konduktoren zeigt. Segen die Konduktoren, auf die Hände, und planten Konduktoren, wo der Konduktoren flashe. Wenn alle drei Konduktoren flashen, die Konduktoren flashen, die Konduktoren flashe. Und wir, die Kraft des Macht. Um Leben zu machen. Um Leben zu machen. Oh, das geht nicht so gut. Over hier. Ich höre Wölfe ohne Ende. Das wird sicher nicht gut. Und mein Deadeye ist alle. Das ist auch nicht so gut. Wie sagt mir das denn keiner? Äh... Hier. Wo ist jetzt der Konduktor? Äh... Toll. Ähm... Hä? Wo ist jetzt der Konduktor, Mann? Was ist da los? Was? Bin ich jetzt blöd? Äh... Gegenstände. Hier. Nö. Ach, hier. Hallo. Grüß das Dinghaus. Wer ist das? Wer ist das? Wow ok ok ich glaube der ist so ein bisschen Professor Frankenstein da hinten wo der Blitz eingeschlagen hat wahrscheinlich dumm 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 so ob ich keine Ahnung hätte hier ne nehm 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 das ist es nehm 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 ja könntest du ja auch selber machen ne die Wölfe die machen mir so Nein, das war nicht ich. Jetzt muss ich also wieder runterkommen heilen. Da hast du... Wird nicht so einfach, ich seh nämlich nichts. Und muss eventuell so aufpassen, dass ich nicht gegrillt werde. Oder von Wölfen gefressen. Der hat auch keine Sorgen. Das U-Boot fahren fand ich ja ganz interessant. Aber das hier ist ja schon wieder so eine Sache so... Woll der hatte doch da... Oh, hier wollte ich nicht stehen. Der hatte doch da eindeutig eine Leiche stehen oder nicht? Der macht doch hier einen auf Frankenstein. Der will doch hier Wiederbelebung oder? Der hat doch einer eine Klatsche, der Typ. Der hat Angst. Sehr schön. Und das ist das Schöne. So toll. Und ich bin der Grunde, wo ich jemanden zum ersten Kuchen bin. Dann bin ich nicht. Ich bin der Grunde, wie ich jetzt bin. Ich bin der Grunde. Wie ich bin der Grunde. Ich bin der Grunde. Ich bin der Grunde. Ich bin der Grunde. Ich möchte was machen. Hm. Würdest du mich verarschen? Jetzt will er mich aber verhumpen, oder? Klar! Ah! Hallo? Weiter! Der will mich doch veräppeln. Der will mich doch veräppeln, der kleine Caspar. Äh... Der will mich doch veräppeln. So fliege die Wünsche. Bis das ist das Ergebnis. Just sag mir, welche verdammt von diesen Sachen zu holen? Ich bin ein invisibleser Wagener. Nicht eine elektrische Pagnesie. Okay? Du hast besser gesagt, dass ich hier nicht Angst bin. Der betätigt den. Der betätigt beide. Und der... Der betätigt auch nur den in der Mitte. Der betätigt immer beide, ne? Ja. Okay. Wir sind alle aus. Okay. Wir müssen also alle runter. weiter. Äh... Ja, nun... Mach doch mal. Ich müsste quasi alle oben haben, ne? So... So... Und jetzt, wenn ich jetzt den in der Mitte ziehe, dann müssten ja alle runter gehen. Jawohl. Das funktioniert. Es funktioniert! Haha, komm an da, kurz! Mhm. Ich hab Angst. Mein Pferd verliert. Nee, lädt gerade Ausdauer auf. Ich glaube, das ist gerade weggelaufen. Es funktioniert. Los, rein da. Ach du Scheiße. Ein Roboter. Das ist wie eine Leiche. Der wird uns töten wollen. Definitiv. Das ist wie eine Leiche. 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 Das ist wie eine Leiche.